Halli Hallöchi meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Stationeers. Nochmal, gerade eben habe ich schon wieder den Knopf gedrückt und irgendwie hatte die Datei noch nicht angefangen. So, jetzt sollte die Aufnahme aber tatsächlich laufen. Jetzt schauen wir mal hier in die Uniform. Und da ist das alles drin und hier ist Zeug drin, das ich nicht brauche. So, und wo sind meine, da sind die beiden Gürtel, das ist okay. Und wo sind meine, meine Karten? Sind im Chatpack bestimmt drin. Ja. Und zwar den Atmos Analyzer. So, Chatpack wieder. Zum Aufladen hinlegen. So, die Tools brauche ich gerade im Moment nicht. Wunderbar. So, dann machen wir den an. Und den. Wie sieht es denn hier aus? 100%, 99%, sehr gut. So, dann rein damit. Ein bisschen Sauerstoff produzieren. Oh nein. Oh oh. Und so lange wie ich es hier habe, schmilzt es nicht, oder? Ne. Nur wenn ich es tatsächlich in die Hand nehme. Was für Schläge das da tut. 6 Megapaskale. Nein. Halt. Oh nein, oh nein. Nein, das rollt davon. Ich glaube, da können wir alles reinpacken. Ohne, dass uns der Druck hier zu groß wird. Ohne, dass uns der Druck hier zu groß wird. Schmelzen die Sachen ja offensichtlich in der Schut. 14 Megapaskal. Na ja, 60 Megapaskal hältst ja alles aus. So, wir sind runter von der Temperatur hier auf 30 Grad. 50 Grad. Sehr schön. Mit wie viel wird gecrushed? Mit 0. Schon cooles Geräusch. Können Sie sich nicht richtig vorstellen, wie das da zerhackt wird. Oder mit so... Mit Schnecken. 26 Megapaskal. Wir haben schon 100 Kilopaskal Druck jetzt hier drin. Und 30 Megapaskal auf dem Rohr. Und 30 Megapaskal auf dem Rohr. 480 Kilopaskal kommen hier raus. Mit knappen 5 Grad. Aber 99 Prozent Sauerstoff. Sehr gut. Das heißt, hier im Raum haben wir jetzt schon 101 Kilopaskal. 97 Prozent Sauerstoff. Und hier kommen 100 Kilopaskal aktuell raus. Beziehungsweise nicht raus. Das sind wahrscheinlich die... Ja, die 100 Kilopaskal, die wir im Raum haben. Und dann noch 1,2 Kilopaskal mehr. Aber warum nur so wenig? Warum ist der Druck hier so hoch? Dass das da so nicht dagegen ankommt. Aber mit 24 Grad. Also das Runterkühlen funktioniert sehr gut. Ja gut, solange das Gerät hier auf minus 200 Grad eingestellt ist. Sehr gut. So, wie sieht es hier aus? Hier haben wir noch 34 Grad. 35 Grad. Noch relativ warm. Aber auch der Druck steckt. Auch hier jetzt. So, gut. Dann können wir hier mal Ecken hin machen. Und Licht. Ich sollte hier mal Licht reinlegen, glaube ich. Und das ist ganz schön störend, hier mit der Lampe herumzulaufen. Aber natürlich nicht so übertrieben viel Licht wie da drüben. Das ist zu heftig. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Weg mit dir. So. Da wollte ich noch Ecken hin machen. Achso, nee. Das ging nicht, ne? Ah. Na ja. Hydration critical. Oh, 19%. Oh je, oh je. Ja, dann trink halt mal was. Trink halt mal selber was. Warum muss ich das immer machen? Mein Gott. Und ess auch gleich was. Sonst hältst du da gleich auch wieder rum. So. Ja, so langsam sollten wir gucken, dass wir was angebaut kriegen. Denn irgendwie wird das hier immer weniger mit dem Essen. So. Da kommen wir raus. Sehr gut. Machen wir hier mal. Warum ist hier eigentlich... Hier fehlen... Hier fehlen Deckenplatten. So. Machen wir mal so. Und dann brauche ich hier Deckenplatten. Tatsächlich. Tatsächlich. Geht woher. Frames. 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 Also erstmal... Die Lichter. Ähm... Hier ist das geraffelt drin. Und hier ist... Und hier ist... Oh. Da ist noch ganz viel Flatwall drin. Sehr schön. Gut, dass ich da jetzt keine gebaut habe. Ja. Dachdieb muss niesen. Ja, schon ist drauf. Was ist das hier? Tank-Connector. Nehmen wir mal hier so... So 23 Lampen mit. So, hier wollte ich nämlich... Ich weiß nicht, ob das geht. Mal schauen. Und das nehmen wir mal hier raus. Was können wir da rein machen? Also erstmal hier... Die hier... Weitermachen. Nein, oben sollst du das hinmachen. Hallo. Ach, die sind da. Die sind nur irgendwie gedreht. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Das ist die gleiche Ebene. Ich dachte, da sind die... Ich dachte, die fehlen da. Ah, okay. Nö, dann ist gut. Dann habe ich die nur irgendwie seltsam gedreht, sodass die... Da nicht zu sehen sind. So, und zwar wollte ich probieren. Walllight-Battery. Hä? Was ist das denn? Ach, ist ja cool. Ach, ist ja cool. Da kann man eine Batterie reinstecken. Das ist neu. Tatsache. Ist ja cool. Okay, das ist neu. Das kannte ich so noch nicht. Gut. Schön. Will ich aber nicht. Sonst noch eine neue. Long, long angle, long angle, long wide. Haben wir da auch die weiten? Ja. Cool. Also, das ist tatsächlich neu. Ähm. Mal schauen, ob das geht. Wie das aussieht vor allem. Äh, dann brauchen wir ein bisschen Kabel. Ja, ich habe gar kein Kabel da. Ich habe ein bisschen Kabel holen. 107 Kilopascal, 25 Grad. Sehr schön. So. Hier sieht es relativ mau aus mit Kabel. Nein. Was machst du denn? Ähm. Und das heißt. Warum? So. Wenning. Maschine an. Dankeschön. Ah, machen wir mal drei Stück. So. Mache ich die auch wieder aus. Bisschen Strom sparen. So. Gut. Dann nehme ich eins mit. Eins in die Hand. Und eins hier bei Tools. So. Okay. Hier hätten wir auch ein Kabel. Erstmal mache ich mal so. Und dann können wir hier gerade gehen. So. Und dann haben wir hier nach oben. Hallo. 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 Und dann? Hallo. 決. Hier. Da. Da. Das Rohr läuft. So, die brauche ich nur aber wirklich nicht. Jetzt sollten wir das Kabel da verlegt bekommen. Einmal das gegen das austauschen. So, und dann hier rein, genau. Und dann von hier oben, da runter geht auch. Ach, ist schon. Dann hier. Und hier. Und hier. So, und. Ja. Sehr schön. So habe ich mir das gedacht. So, jetzt mal schauen, wie das Ganze denn aussieht, wenn da eine Platte drauf ist. Sehr gut. Aber in weiß ist natürlich doof. Hier ist alles weiß. Stimmt, hier wollte ich noch grau machen alles. Mach ich mal. Das mache ich noch eben in dieser Folge. Machen wir hier mal alles weiß. Ah, kein Platz mehr hier. Inventar voll. So, das heißt, ich brauche... Den hier, ne? Gray. Mach mir mal... Mach mir mal... Mach mir mal sechs Stück. Denn ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Doch, hier ist noch eine. Und da ist noch mal eine. Aber ich habe keinen Platz im Inventar dafür. Naja. Oh, schön. Da ist alles leer. Sehr gut. Wo rollen die hin? Bleiben die da irgendwo hängen? Oder? Egal. Ich lasse mal rollen. So. So. Der ist auch grau. Die Wand komme ich nicht ran. So. Das war die eine Dose. Fehlen sogar noch ein paar. Ja, es sieht cool aus mit dem Licht. Gefällt mir gut. Ja, die hängen jetzt hier drin. Ich nehme jetzt erstmal die hier. Hat auch noch 39%. Ja, sorry, dass ich jetzt so oft laufen muss. Aber, ja. Das könnte man eigentlich auch grau machen, oder? Ja. So, das war es hier auch schon wieder. 25 Grad. Es wird kälter. Ich könnte mal diese Kabel, diese 40, verlegen. Ah, verdammt. Gibt's denn das? Ich brauche mal ein Jetpack. Wobei wir dann hier wieder mehr X reinbringen. Nee, ich nehme die Leiter mit. Oder? Ich habe keinen Platz im Inventar für die Leiter. Das ging so nicht. Ah. Das muss doch anders gehen. Ah, so vielleicht. Boah, gerade so. Na. Das macht schon voll die komischen Geräusche. So und hier sind wir jetzt ziemlich nah dran. An der Decke. Schon voll die komischen Geräusche. So, jetzt haben wir es im Moment auch mal mit einem Platz leerer. So, jetzt kann ich mir noch mal eine Dose holen. Dann geht das etwas schneller. So. Aber das, meine Lieben, machen wir dann erst, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Station Ears. Bis dahin macht es mir gut. Ciao. 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 Ciao.